macht so einiges leichter auf die Richtung Helikopter und für jetzt hören sie stehen im Bau vor den Helikoptern sie die mehr liegen ich auch ja aber nicht das ist schon wieder zu uns an Daniel wenn die kommen sollten was habe ich jetzt für ein Problem hat eine richtig scheiß Position komm lass uns hier weiter laufen denn wenn die von der Seezunge kommen werden die doch genau versuchen so um zu umlaufen hier oben lang wo wir gerade stehen oder mh könnte sein das heißt wir müssen auf da hinten sein weiter hinten nur nur einer von euch deckt jetzt erstmal von rechts ab davon wo ich gekommen bin ne da ist keiner mehr von uns wer noch praktisch und abdecken ich kann jetzt die DOS gesagt wir sind bei zwei Helis das heißt sie werden von oben da lang laufen wo du gekommen bist werden auch nicht so frei laufen also ich würde nicht so frei rumlaufen ich würde auch umlaufen auch 600 Meter seid ihr da immer noch so du solltest dich schon in der Tanne verstecken so Boah was eigentlich haben die bis jetzt nicht einmal gerafft haben oder es macht ehrlich gesagt viel zu viel Spaß mit denen zu spielen ohne Witz so dumme Leute trifft man schon selten ja das stimmt bist du echt selten aber schießen konnten sie sie haben ja sehr derbe die Beine gebrochen naja der eine kann nicht schießen ja ihr wart ja auch nah dran aber auf 600-700 Meter kann er nicht schießen ich bin man sagt ja 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 jetzt kommt jetzt sei mal ehrlich er schreibt alles im Chat rein wo er ist wann er ankommt und ich kann das und ich kann das lesen das ergibt doch keinen Sinn jetzt sieht das Wasser habt ihr euer Auto da unten gepaart? mit alles da an den Büschen ja 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 den Pizzabahn könnten sie nehmen ja den kann man nicht abschließen der ist sogar komplett heil hat einmal zwei irgendwelche Gummibäume oder warum bewegen sie sich so hart? hast du genaue Sicht da drauf? Alter ja ich sehe vieles aber wie wie stark ist es schon wieder eine Stunde vorbei? mein Kumpel versprochen dass ich mit ihm noch was anderes spiele macht es so viel Spaß? ja oh nein gelbe Kette nein scheiß wer das Wasser gesehen hat dann muss er doch hier langsam mal da ankommen oder? ja einer von euch wo seid ihr denn jetzt? bei den Helis? bei den Helis ja ja über die gelbe Kette auch hier auch warte mir halt ich nur da drauf dass du genau sagen kannst wo die sind erst dann können wir uns auch drauf vorbereiten woher bringt das nix? irgendein richtiges Assi-Spiel draus machen und auf die UTS gehen ja du hast vor uns geschrieben du hast keinen TS ja ja in der Zeit hättest du ja gedownloadet können ja wo sind die denn jetzt? wenn er die jetzt auf den TS gehen weil ich das mache aber dann hören wir ja nix mehr was du sagst genau ja aber ihr versteckt euch einfach da unten und ich versuche das Auto aber das spiel dazu ja genau ja 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 du nicht ach kommt denen das nicht einfach dumm vor wenn du genau sagst wo die sind dann warum bringst du die denn nicht um? kommt denen das nicht einfach dumm vor? ne ja warte mal Die kommen doch von da vorne dann, oder? Ja, ja, die kommen von vorne, aber ich trau der Sache trotzdem noch nicht. Okay, auf welcher Seite? Auf der Trader-Seite oder gegenüber? Oh Mann, ey. Was sagst du, Zieler füllt, wenn du ihn gekriegt hast, oder? Na, das dauert viel zu lange. Soll ich jetzt so gerne reinschreiben, in den Chat reinschreiben, ich weiß ja, ich kann das lesen, was ihr schreibt. Schreib doch. Soll ich echt mal reinschreiben? Nee, schreib mir nicht, weil wir müssen ja seine Position herausfinden. Das ist eigentlich zu geil, da zu schreiben, oder? Ich kann das lesen, was ihr schreibt, hallo? Ja, meinst du nicht, dass der jetzt dahin rennt, wo das Auto ist? Genau der Sache nicht. Vielleicht ist er auch, denkt, äh, wird er auch so Weiber verarschen? Ja. Weißt du, was ich meine? Vielleicht will er ja. Dass sie von ganz woanders kommen. Ja. Ich hab ja eh nichts zu verlieren. Und tötet dich dann, Weiber? Ja. Er kann es auf jeden Fall sehen. Ein grüner SUV, ein grüner SUV, ein grüner SUV. Wenn ich Pech habe, ist der Interview. Ja. Ja. Stimmt. Bailey? Alter, das ist vom Ultra-Air-Fing, wie laut der ist. Ich hör den jetzt so wirklich. Ich hör den nicht. Oh doch, jetzt hör ich ihn. Ah ja. Er startet gerade. Oh, leck mich fett, ey. Wie ist es denn, die Heddy gekauft? Alter. Als wenn der hier in der Nähe wäre, ne? Willst du mich jetzt verarschen, dass der jetzt ein Heddy gekauft hat und die herkommt? Mhm. Da stand doch noch so ein Typen-Ding rum. Aber der fliegt ja hin schon. Wer will hier spotten? Wenn ihr in der Tanne seid, dann kann man von oben euch nicht sehen. Scheiße, er kommt. Was macht das in dir? Das hier hat ja noch nix. Gut macht. Wie er wirft da Granaten runter? Der kommt wirklich mit dem Dreck, Sealy. Ja, ja, aber der Atmen sollte uns dann eigentlich alles zurückgeben, weil das ist verboten. Ich seh den nicht mal, wo er fliegt. Ich höre ihn nur. Er hat Granaten runterfallen lassen. Ja. Kannst du den nicht abschießen, Weiber? Wo ist der denn? Na, hörst du dich fliegen? Doch, aber ich seh ihn nicht. Ach, da. Da oben. Da oben. SUV ist verschlossen. Also mit deinem... ...Sniper müsstest du den doch eigentlich ziemlich nah rankriegen. Sonst macht er da... Na, der SUV ist dann den Arsch, aber... Es ist erlaubt, Fahrzeuge in den Basecamp zu machen. Das wird scheiße. Es ist erlaubt, Fahrzeuge in den Basecamp. Das ist erlaubt, Fahrzeuge in den Basecamp. SV Dein ist tot! Ist der abgestürzt? Hahaha Hallo, wie wird SUV geschrieben? Äh, S-V-U Äh, ne, S-U-V S-U-V Ist der jetzt abgestürzt mit seinem einen Heli da? Er lebt noch, da ist keiner gestorben. Stimmt. Ja, ich hab einen Fehler gemacht, ich hab meine Position, glaub ich, erinnert. Wie kann er denn so einen Sturz überleben? Hey, hörst du mich? Hallo? Ja, ich bin das, ich bin das. Komm mal hoch, komm hoch, schnell. Sonst schießen die dich da ab. Da kommst du mir hoch. Hä, wie bist du explodiert? Ja, ich bin das, ich bin das. Warte. Deck ist fremdlich. Alter, ich hab das Loot von irgendeiner Leiche am Airport noch grad noch so bekommen. Hast du eventuell Munition für die Waffe? Okay. Also die müssen irgendwo hier sein, die Leute. Ich downloade mir grad mit dem TS und vielleicht, vielleicht ist er gleich. Weißt du ungefähr würdest wo beide sind? Ja, okay. Äh, hast du zufällig was zum Essen und Trinken? Da läuft was zu essen. Einer steht hinter mir mit ner G36. Ne, mit ner MX8. Also sind beide jetzt bei dir, oder was? Ne, einer, der andere ist unten, glaub ich. Summe, ja. Äh, ja, würde passen. Ich hab noch gar keine... Ah, warte, ich muss ja den Rucksack öffnen. Hat er unser Auto's kaputt gemacht? Kann ja kein Bloodpack geben, warte mal. Ne, das Auto's gar nicht. Kann ihm nur Pain Killer geben. Hä? Hab ich ja, Moment. Deck mich am Arsch. Und wann tötet Viper den jetzt? Guck mal aus dem Gebüsch raus, vielleicht geht's deswegen nicht. Viper den Ei nicht. Verstehst du? Was? Wie? Malo. Was hast du gesehen? Ja, du kannst... Du kannst den einen nicht töten, du den anderen noch nicht weißt, wo der ist. Ja eben. Hast du? Blut? Okay. Aber am einfachsten wär's doch jetzt einfach, wenn du beide irgendwie so locken kannst, dass wir dann kommen und die einfach abknallen. Weißt du was ich meine? Mhm. Hast du schon den Helikopter dort gesehen? Der läuft zu euch, der läuft zu euch. Ah, okay. Ernst? Wie witzig. Wie witzig. Wie witzig. der runterkommen um mich zu töten. Wo lauft ihr denn? Er läuft jetzt unten am Ufer entlang. Weet ihr ihn? Ne. Ne. Unten am Ufer. Er läuft jetzt rechts in den Bäumen ein. Ah. 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 Ah.